Hallo und herzlich willkommen auf EPIC heute bei uns von Mechanics, der Original Glove in Multicam Black. Der Original Glove von Mechanics ist einer der Handschuhe, der am meisten bei uns im Einsatz ist im Team. Bei euch mit Sicherheit auch. Das ist einer der beliebtesten Handschuhe nach wie vor. Einer der ersten Handschuhe, sagt ja auch schon der Name, der Original Glove. Es gab schon verschiedene Upgrades, seitdem das Original unterwegs ist und jetzt hier auch exklusiv in Multicam Black. Ich habe hier noch ein paar Schwarze mitgebracht extra mal, damit ihr auch mal seht, dass wir hier nicht immer nur Neuware vorführen, sondern den Kram auch wirklich benutzen. Das hier zum Beispiel, das ist jetzt ein ein Jahre altes Paar Mechanics. Die tragen sich auch nach wie vor gut und schützen die Hand. Einziges Manko ist, die haben jetzt schon so angefangen zu peelen hier im Zeigefinger- und Daumenbereich, dass das mit Klett nicht mehr ganz so harmoniert und der Handschuh dann immer irgendwo hängen bleibt. Von daher sind die jetzt nur noch für Gartenarbeiten, sage ich mal, oder für Bad Honing gedacht und mit den anderen wird gearbeitet. Wir haben hier auch mal ausprobiert, wie sie sich denn halten, wenn man den Finger vorne abschneidet zum Schießen, dass man einfach nochmal ein bisschen mehr Gefühl im Zeigefinger hat. Auch wenn der Pro natürlich sagt hier, Mittelfinger und Daumen gehören auch noch fürs Chargen und fürs Nachdrücken und was weiß ich was. Aber wir haben es jetzt erstmal bei einem Finger ausprobiert und auch das funktioniert sehr, sehr gut, ohne dass die Handschuhe peelen oder sich auseinanderfallen, in kurzer Zeit zumindest. Nach einer Weile natürlich, ganz klar, wenn die eine Weile im Einsatz sind, sehen sie so aus, aber dass ihr das mal gesehen habt. Vom Material her verwendet Mechanics bei den Original ein Kunstleder im Innenbereich und außen Elastan. Also die brennen natürlich wie Zunder, das sollte euch bewusst sein, wenn ihr einen feuerfesten Einsatzhandschuh sucht oder was schnittfestet, solltet ihr was anderes nehmen. Aber dieser Handschuh hier ist auf jeden Fall für normale Arbeiten sehr, sehr gut und auch gerade für die Range ein super guter Handschuh, liegt extrem an. Mein Tipp für euch, wenn ihr normalerweise größere Hände habt oder auch einen anderen Handschuh, eine Nummer größer habt. Ich trage normalerweise Large in anderen Handschuhen, bei den Mechanics nehme ich in der Regel immer M. Dann sind die hier richtig schön eng anliegend und auch vorne die Spitzen, also da habe ich ein sehr gutes Gefühl. Und was ich auch nicht wusste tatsächlich bis vor kurzem, die sind sogar touchfähig. Das heißt, ich kann auch hier mit dem Handschuh mein Smartphone bedienen und das ist auch eine coole Sache, muss ich sagen. Also gerade auch als leichte Fahrradhandschuhe oder im Winter, wenn ich sage, ich brauche jetzt hier nicht unbedingt da die dicken Fäustlinge. Also ideal Original Glove, günstig, unschlagbar und jetzt in Multicam Black. Mechanics bekommt ihr überall dort, wo es Handschuhe von Mechanics zu kaufen gibt. Der Link zum Hersteller ist unten eingeblendet. Wie findet ihr die Mechanics in Multicam Black oder generell den Original Glove? Schreibt es uns in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, wie immer an dieser Stelle ein Like, ein Abo und die Glocke für neue Videos. Und schaut in unserem Shop vorbei, ob es was Neues gibt. In diesem Sinne, bis dann, macht's gut. Bye, bye. Bis dann, bis dann, bis dann, bis dann, bis dann.